hallo und willkommen zu diesem video cool dass du mit dabei bist heute geht es um einen geheimen tempel und zwar hier in der wüste gehen wir unten raus auf einmal hier drum herum und such mal den sandweg hier ist der sandweg und jetzt bleibst du die ganze zeit auf dem weg bist du irgendwann hier ankommt fast am ausgang quasi rechts ist ein großer felsen und jetzt läufst du einfach hier runter du siehst auf der kleinen karte auf der linken seite so einen schwarzen punkt das ist der große felsen zu dem wollen wir hin wenn du hier angekommen bist lauf mal drum herum und hier ist dann der tempel jetzt zeige ich dir erst einmal wo die ganzen statuen sind denn da müssen wir die eulen drauf stellen gehen wir hier in die mitte lauf nach rechts hier ist die erste statu und hier aus lösst du weiter nach rechts da ist die nächste noch mal auf die rechte seite da ist die dritte das sind drei in einer reihe wir gehen einmal wieder zurück das ist die erste statu von hier aus einfach nach oben da ist noch eine und von hier aus dann wieder auf die rechte seite da ist dann noch eine zwei in einer reihe sozusagen wir gehen wieder zurück zu der ersten statu die hier jetzt einmal in die mitte das ist die mittlere statu und von hier aus nach unten und das ist dann hier die letzte ich zeige dir das mal hier auf der karte die roten vierecke sind die statuen so stehen die da und die blauen kreise sind die eulen und die holen wir uns jetzt ich lasse die kleine karte einfach mal hier oben drüber vielleicht hilft dir das ja ein bisschen auf jeden fall siehst du jetzt immer den weg eine statu steht schon hier die andere ist hier direkt hinter der stein säule und wir starten immer am eingang des tempels so auch von hier aus ein stück runter und da siehst du schon die nächste eulen statu die legen wir jetzt erst einmal alle hier hin noch mal weiter nach unten diesmal ein weiter und von hier aus von der palme aus nach links da siehst du noch eine eulen statu jetzt haben wir schon vier stück wir starten noch einmal von dieser stelle wieder nach unten und dieses mal laufen wir jetzt haben wir fünf stück und jetzt von hier aus einfach nur auf die rechte seite zu dieser statu wieder zur mittleren statu nach unten da ist er die einzige statu die hier steht und von hier aus einfach nach rechts laufen und dann siehst du hier so ein holz gerüst und da oben befindet sich noch eine statu jetzt haben wir die alle ich entferne die mal von der karte von der kleinen da sind jetzt alle weg und diese statu hier die stellen wir jetzt schon direkt auf die erste bobo fläche sozusagen von dem schatten aus hier gehen wir einfach nur nach links und hier läufst du jetzt einfach nur geradeaus du siehst das auf meiner kleinen karte ich markiere das dann auch immer blau wenn wir die statu abgestellt haben so hier einmal drauf und jetzt ist die fläche blau auf meiner kleinen karte wir gehen zurück zum tempel und jetzt stellen wir nach und nach die ganzen blauen eulen statuen auf die bobo flächen ich wollte dir halt am anfang erstmal die statuen zeigen damit du so einen kleinen überblick bekommst wo die überhaupt stehen du siehst jetzt auch noch mal wo die alle stehen und mit hilfe der kleinen karte kannst du sogar auch noch mal ganz genau sehen wo du langläufst aber ich dachte mir bevor du hier komplett durch die wüste rennst und die ganzen blauen eulen statuen suchst zeige ich dir das lieber so schritt für schritt damit du nicht zu lange brauchst für diese aufgabe das ist jetzt die letzte eulen statuen also laufe noch mal auf die rechte seite stell dir hier ab und dann kannst du in den tempel da musst du noch vier roboter besiegen also packt die bomben aus und schmeißt sie nach und nach ab und dann erscheinen hier fünf truhen du bekommst in jeder truhe erst einmal 50 münzen und in der roten truhe ist noch ein rot trank drin diesen tempel wollte ich dir noch zeigen ich hoffe dir das video gefallen wenn ja lass ein like da unten abo und sei beim nächsten mal auch wieder mit dabei bis dahin das ist die gut gehen was gut und ciao